Manche werden als strahlende Helden verehrt, von Lob und Ruhm gekrönt, während andere als Schurken gelten, von Furcht und Misstrauen umsäumt. Manche erarbeiten sich Ansehen auf ehrlichem Wege, andere steigen empor aus den Schatten, um ihr Schicksal zu erzwingen. Sie trachten danach, die Welt neu zu gestalten, von radikalen Visionen getrieben. Einige verlieren sich im Strudel des Alltags, apathisch betrachtend den Aufstieg eines Schattens. Manche Geschichten gehören erzählt, damit sie niemals verwehen, manche Lektionen gelernt und manche manche Legenden sind Spiegel der Welt, in der wir uns drehen. Manche Gondola Vielen Dank.